ja einmal komm andersrum und ich auch bombe in der krankenstation nein krankenstation ist hinten da ich komme auch ich schieße ein paar mal nach hinten schon mal anderen haupt ist glaube ich fakt ich habe den nicht getroffen ja ich habe ihn dauernd bombe hast du eben schnelle nades holen alter ich habe noch im teleport kann haben woher holte gleich mal eine druckerwaffe packt sie direkt auf was ich finde was genug knete ja irgendeine druckerwaffe wieder mal zwischendurch und level die man mit der gut klarkommst vielleicht hast du glück und kriegst auch noch die selder in dieser wunderbar von nebenbei noch wo war der an ja 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 voll geil wo ich komm durch ich 8 Schuss ehe mich mal noch auf schade dass sie nicht alle dran kaputt gehen das wäre lustig aber ja dann auch schon wieder unfair ja ja ist wieder ein Bug wie von den äh doppelte ähm ja doppelte EP eigentlich ne Multiplikate also so hab du das schon wieder angemacht ich will gerade auch schon mal ja 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 aber 1 denn auch ja na sind wir oh mein Gott ich liege scheiße ja und jetzt kommt im Lift die Bomben bitte ich glaube es besser wenn du mich zuerst holst aber keine Ahnung nach eigenem Ermessen soll ich da sehr gut er hat das Licht gesehen hast du gehört Lift ist down ja super egal gut alles klar der ist hier ich habe nichts mehr an komm dich heilen schnell heil dich heil dich komm hierauf hat sich noch geheilt ja ich glaube das wird unsere erste Bombe die wir nicht schaffen komm lass uns raus hier scheiße naja ich muss hier weg fuck ja fuck ey das tut mir leid hier kommt ja keiner mehr sind doch alle drei dauernd alle drei kaputt gewesen ja und bis jetzt ohne dauerne recht gut man will schon wieder nicht mehr wahrscheinlich beinig rote tränen weil du dauernd bist der große wohl hat er kommt ja gleich noch zu mir oder nicht warum liefst ist super die runde 43 es war kein neuer weltrekord aber alter schwede kommen wir tun diese pfoten